Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's play Blackguards mit mir, Elo. Und wir sind hier zurück und wollten uns um die Creme kümmern. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass die Haupt- oder eine der Schwingen die Raya-Geweihte hier ist, aber vielleicht können wir uns ja erstmal im Tempel baden und uns dann mit unterhalten. So. Bezaubende Clarissa. Habt ihr vielleicht eine Glaubensschwester namens Raya-Dez? Glaubensschwester, ja. Ich hätte gleich sehen müssen, dass ihr wegen ihr gekommen seid. So, wir haben eine Glaubensschwester und wir sind wegen ihr gekommen. Bitte, tretet ein. Aber seid gewarnt. Dieser Tempel ist anders als andere Häuser der schönen Göttin. Ihr findet meine Glaubensschwester am Ende der Halle. Wieso ist der denn anders? Das ist ja auf alle Fälle nicht gut. Wein und Rosenwasser, ja? Der reinste Sinn. Der reinste Sinn. Warum denn so brüde? Ich hatte doch Anweisungen gegeben, niemanden hereinzulassen. Clarissa, was soll das? Wir wollen uns nur kurz mit euch unterhalten. Über Crane zum Beispiel. Crane? Dazu solltet ihr vielleicht lieber den Totengott befragen. Ich bin vergiftet. Okay, fängt auch gleich gut an, naja. Warte mal, wir gehen mal da hin. Und hauen ihr da mal, oi oi oi. Tja, ganz schön übel. So, hier hinten irgendwie mal, glaube ich, welche umhauen. Was ist denn? Irgendwie hier hingehen. Und hier mal was Größeres hinwerfen. Nein, ist nicht gut. Ist alles blöd da. Nicht so. Ja, und das sieht auch ganz gut aus. Und einen haben wir uns jetzt umgeworfen. So. Ach, jetzt habe ich nur einen normalen Schlag genommen. Oh, hier hinten sind da auch noch welche. Hilfe. Okay. Zum Glück sind die alle nackt. Oh, Eno kriegt da nochmal drauf. So, Zauberan. Wir haben doch hier so einen coolen, neuen Mega-Zauber. Hier. Außen. So, dann hier. Den mal noch drauf machen. Dann ziehen sie schon mal die Propheten raus. Ne, die Raya geweiht haben. So, dann wäre es natürlich schöner, wenn wir nicht die Magier alles abfedern müssten. So, okay. Ist nicht, ist nicht tot. So, was haben wir denn hier? 17. Okay, dann verpassen wir den mal in eine Hexengalle. Vielleicht fällt er ja um. Oh, hab den Fall schon erwischt. Okay, da reicht ein normaler Schlag, denke ich mal. Und Ilo hat's durch das Gift ganz schön erwischt. Ich würde sagen, die Heilmama. Ich würde sagen, die Heilmama ist schon mal schön im Vorbeigebungen gestochen. Der da ganz hinten noch. So, Ilo mal hier raus. Und warte mal, was ist das, was Kila heißt? Hier, ein Kampflip. Was haben Ilo denn für nen Gift bekommen? Stufe 3. Äh, nee. Klarum, Purum. Stufe 1 und 2. Stufe 3. So. Dann sollte das ja auch weg sein. Okay, dann werden wir mal den erstechen. Der hat noch 9. Der hier hat noch 6. Dann muss man den an, schade. So. Hammerschlag. Freiwunschlag. Da kann man nach. So muss das. Er sind halt nur irgendwelche nackten Typen, ja. Ist jetzt noch nicht so mega gefährlich. Und Narum hat jetzt keine Parade. Aber die geht alle auf Tarkate da oben. Die geht auf Elo. Und auf Zorbera. Oh, sicher ist sicher. Oh nein, weißt du aus. Na, warum holen wir denn den Rest um? Sonst ist ja hier eigentlich nix. Ich denke mal, die andere Priesterin wird uns reingelassen haben, weil die das selber nicht so ganz geheuer fand, was hier stattfand. Vermute ich zumindest mal. Aber wir werden ja gleich erleben. Halt, wartet! Lasst uns verhandeln. Ihr sucht unseren Kopf, nicht wahr? Verschont mich und ich erzähle euch alles, was ich weiß. Aha. Rede. Dann rede. Ich weiß, dass sich der Kopf der Krähen wie ich als ein Geweihter, der zwölf Götter tarmt. Und weiter? Also keine Geweihter. Ich schwöre euch. Das ist alles, was ich weiß. Der Kopf ist vorsichtig. Er gibt sich niemandem zu erkennen. Mhm. Na, Basilistenzüge. Die nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Da können wir nämlich mal gucken. Das war eigentlich immer eine schöne Stichwaffe für Druiden und Hexen. Wenn ich mich richtig entsinne. Raya mit euch, Gladiatoren. Ach, es ist als ob nichts gewesen wäre. Umso besser. So, jetzt müssen wir natürlich auch mal wieder was loswerden. Ach, die macht Wunden 1. Klassische Waffe für Deuchler. Okay, ja, können wir eigentlich nicht brauchen. So ein ganz gewöhnlicher Deuch. Dann würde ich sagen, wir probieren mal die drei Sachen mal loszuwerden. Weil die uns doch behindern. Irgendwie, weiß nicht, im Kuros. Kuros, ob da vielleicht der Händler ist. Ja. Ich seh mich mal um. Weil eigentlich will ich primär Sachen loswerden. Das ist auch nur ein Wort. Das war mir eine. Besonderes. Okay. So, die zweite Krähe. Ossip. Leoma. Findet, bringt Ossip zum Singen. Okay, bringt Ossip zum Singen. Findet Leoma und stellt ihn zur Räder. Ja, wo denn? Winneb, wo war denn Winneb? Na, da ist Winneb. Da ist ein Dschungeltiger. Okay. Na gut, wenn wir jetzt gerade nicht so richtig wissen, wo Ossip ist, dann kümmern wir uns doch hier mal um noch den ein oder anderen Propheten. gehen wir mal nach Finneb und schauen uns da mal um. Und hier muss ja auch irgendwo ein Propheten sein. Es war mir eine Freude. Alles aus... Danke. Wie kann ich... Bis dann. Hä? Nicht blöd? Questlog. Laufende Quests. Propheten von Winneb. Ah, die haben Morbell angegriffen. Okay, also wir müssen nicht Winneb nach Winneb, sondern nach Morbell. Das wäre dann hier. Verdammter Orkenrotz! Was steht, würde ich sagen. Die Stadt steht in Flammen. Was ist... Schalten wir jetzt zur Tat oder machen wir noch Mittagspause mit schöner Aufsicht? Ja, also sagen wir schauen zur Tat, ja? Los, wir haben die Stadt nicht vor den Echsen gerettet, damit sie jetzt niederbrennt. Ja, 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 ja. Da ist ein Heiler. Okay, da ist der Kampf. Speichern wir mal. Reden wir mal mit dem Heiler. Ihr seht doch ganz gesund aus. Okay, hätte ja sein können, dass er irgendwelche Insights hat. Hat er nicht. Gut, dann... Fighten. Fighten, fighten, fighten. Rettet die Kommandeurin. Okay. Wer ist die Kommandeurin? Das ist die Kommandeurin? Wahrscheinlich, ja? Wieso denn retten? Heißt das nicht beschützen? Weil hier gibt's nichts... Okay, hier ist ein Magier. Das heißt, zu dem sollten wir uns mal... zuerst vorwagen. Okay, Paralyse Stein auf. So einige. Inklusive Zauberan, was natürlich nicht so schön ist. Reicht wahrscheinlich auch ein Zweier, ja? Na ja, der Zauberer muss weg. Da führt kein Weg drin vorbei. Ich würde sagen, Zauberan... Was ist denn das? Das ist ein... Stufe 3. Das heißt, wenn wir hier ein... Äh... Erhebt... Aktuelle Verzauberung bis Stufe 3 auf. Zack. Und hier denke ich mal... einen großen Armatrott zu brauchen. Weil die sind natürlich auch alle wieder mit diesem Scheiß-Narmen... irgendwas infiziert. Das macht Fintern. Was müssen die irgendwie loswerden hier, alle Mann? Boah, haben natürlich krasse... Chancen hier auszuweichen. Das könnte ganz schön haarig werden. So, selber nochmal. Kann da noch 18, ja? Schade. Ja, Zauberan, du bleibst jetzt einfach mal still. Und dann... Äh... Ihr wisst schon. Äh... Naurum bleibt einfach mal stehen. Und dann... 18. Okay, den größten... Flammenstrahl, den wir da irgendwie hinschicken können. 15. Aber für 15 brauchen wir wahrscheinlich... nicht so einen großen. Mist. So, dann sind wir den los. Ich würde sagen, dann... haben wir jetzt hier mal voll einen rein. 28. Ist der raus? Ja, sieht so aus. So, wo dann hier dasselbe nochmal... Was wir hier gerade schon mal veranstaltet haben. Und Elo mal hier hin. Und noch 10 hat er. Okay, kommen wir nicht so weit. Gibt mir nicht mehr so viel Mana. Bis 18. So, dann hauen wir mal den Magier raus. Weil dann wird das Ganze hier, glaube ich, auch schon einfacher. So, dann können... Jetzt ziehen wir nochmal ein bisschen in die Mitte. Weil der hier hat ja nur noch 8. Den hauen wir dann einfach so rum. Der hat ja nur noch 5 Lebenspunkte. Okay. Dann bringen wir ihn um. Oh, was... Was... Verstärkung. Berechnet. Auf der anderen Seite auch. Oh, scheiße. Dann auch noch so eine Kack-Bogies. So, dann machen wir... ...den mal tot. So, dann sind... ...ist es nur noch... ...der da drüben, ja? Im Augenblick der Boogie. Na, na. Probieren wir da mal so schnell wie möglich hinzukommen. Boah, hier noch... ...mehr Verstärkung anrückt. Nein. 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 Jetzt ist der Boogie dran. So, jetzt verpassen wir dem mal einen... ...ääh... ...ein Finta. Und danach gucken wir mal, was ein Auro mit dem machen darf. Kann. Der nämlich schon mal 85. Und klappt auch. Was ist mit dem Mann passiert? Sehr gut. Er war... ...wie besessen. Er war ein Diener des namenlosen Gottes. ...des namenlosen? Was für ein Wahnsinn. Morval schuldet euch erneut seinen Dank. Was gibt's? Bitte nehmt dies hier. Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Geld. Sturmhaube. Naja, wir nehmen natürlich alles mit. Drei Dukaten. Aber ein Brustpanzer aus leichter Platte, leichter Platte, leichter Platte. Damit könnte man wahrscheinlich schon mal was anfangen. Sondern mal gucken, für wen das jetzt was Sinnvolles ist. Okay, so. In die Seitengasse kann man auch noch immer reingehen. Bohren mit euch. Wir wollen nur übernachten. So, jetzt haben wir hier... Klar, wir sind natürlich elendig überladen. Die leichte Platte dürfte aus Metall sein. Das ist... Ja. So. Hier haben wir diesen Reiterharnisch. So, das ist vor allem schon mal ein komplettes Set. So, was haben wir denn... Für AF haben die denn... Gladiatorenpanzer, Gladiatorenbeinlinge. Ich weiß nicht, ob die besser sind. 20. Hier haben wir Beinlinge gegen Beinlinge. Schwertschaden erhöht. Brustungsschutz niedriger. Behinderung... Die haben Behinderung 3. Die haben Behinderung 1. Also ich würde tatsächlich sagen, die sind schlechter. Gut. Was war an der Seitengasse? Können wir die da verkaufen? Brauchen wir ja jetzt nicht. Hier vielleicht bei der Händelung. Seht euch nur um. Ähm... Weg. 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 Sturm aber weg. Stiefel weg. 600 Dukaten. Das ist doch ganz nett. So, jetzt sind wir auch nicht überladen. Was geht? Was hat der Waffenmeister Schönes? Nix, was wir brauchen können. Das war alles. So, der Kampf ging ja sogar einigermaßen trotz der Verstärkung. Ähm... Folge ist aber trotzdem soweit rum. Ähm... Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns die anderen Propheten vorknöpfen. Tschüss! Tschüss!